Das Ding ist, ich hab ja sonst mit dem Crit-Handschuh gesch... Ich starte mal mit dem Crit-Handschuh diesmal. Ich hab ansonsten mal den Dagger genommen. Ich nehm mal den Crit-Handschuh. Und was ich mal bauen wollte, ist Wits End. Aber für Wits End brauchen wir eigentlich erstmal einen Crit-Adem. Ich baue mal Static die Runde. Ja, wir haben quasi Mitternacht-Scream gerade, True. Ich baue mal die Runde in Static. Mal sehen. Ob das was kann. Das Echo? Die sind aber, denke ich, definitiv die Top gestartet, ne? Ich glaube, der wird gerade Golems gerade machen. Komm ich hier raus, die Frage. Ich habe ihn noch, ne? Na, eine letzte Hit gefehlt. Wer meine Weh, nehme meine Weh, ist sogar durchgegangen. Holen wir Flash. Jump. Nice, sehr, sehr gut. Ich hab sogar noch ein Sist dafür bekommen. Ich glaube, hätte ich da... Uh, knapp. Good job. Not bad, not bad. Ich glaube, ich hätte es überleben können, theoretisch. Ich hätte vielleicht warten müssen, bis er ran dashed. Mit seinem Dash. Na, die seien, der ist beinahe. Mit dem S1 Locker und erbrechen müssen oder so. Ich denke, so was hätte funktioniert. Oh, mein Gott. No. So. mich ist gerade schwierig da der herz zu gehen glaube ich für mich war zu viel ich hatte nicht mehr gehen dürfen glaube ich oder ich hätte warten sollen auf einen jump aber steht okay zwei tote sind ein bisschen ätzend ne ist kein rank yes you can't you cannot pick your own in ranked because he's perma banned or perma picked that's why i played some normans today kann ich ihn nicht einfach so straight up nicht wenn ja so links da ist aber sonst ist eigentlich gehen da ich verklickt der der ultimate gab nicht geholtet ich habe mich verklickt habe ich trotzdem geholt weil er nicht geholtet hat dass der ließen die weh macht hat auch so viel schaden also dafür dass es die weh eigentlich ein grad ist pokus auf der land macht extrem viel der mensch fände mir jetzt aber ich kaufen ja ich meine dings wollte ich kaufen dann wollte ich jetzt mal holen da lässt die das testbild diese runde ich weiß jetzt nicht gerade wo der ecke ist nicht gesagt ja gut ich war zweimal ja das kann sein dass sie in nächster zeit öfters abends gehen kann also in diese uhrzeit da würde ich meistens zweimal stream einmal vormittags einmal diese zeit hier wenn es passt zeitlich wer hat den knall dabei ist von echo die knall so wir nehmen aber mit die schule hier würde ich sagen der kurs halt fast werden jetzt in laser gelaufen von der lux dann wollte mir die schuhe kaufen genau naja das wird hat den herrl zu machen da wird zu hart bei der gegner johann dazu rum genau der skier fett da war der eko spot lane das ding ich gucke es nur noch bodem dass wir lenke das ist schon besser und sagen ich habe noch bekommen mit dem static ich krieg die krise ich habe ihn noch gekriegt leute mein schiff habe ich den ich habe meinen schiff die welt angegriffen und dann ist der durch die städte schiffe in der welt gestorben sehr sehr nice ich habe jetzt sehr viel tode die runde ja aber ist auch ein bisschen limit testing und ich muss sagen das bild ohne phantom dancer ist halt auch also man merkt man merkt schon dass du sehr das gewisseurige und normalerweise dass er das fente dance an der zeit dass ich so ein bisschen sage ich mal darüber bringt ist der weg bringt er hat nicht wirklich viel außerhalb dicken wälder war es dann eigentlich so den sollten wir haben ich werde mal hier helfen gehen jones topper vielleicht das ist der schon alleine das ist die form als du kriegst wie gesagt du kriegst jone einfach im renk nicht da wird gebannt und gepickt jede runde deswegen spiel ich ein paar normals heute noch und ansonsten wird es dann so sein dass ich versuchen zu kriegen ansonsten spiel ist wahrscheinlich ich habe meine uhr dieser neben geballert mit mir wer ist ultimate eu einfach nein der flash noch an das war so ein guter play dass ich den ließen noch gekickt habe in seinem q und ein flash der lümmel hinterher dann flash der lümmel einfach daher ich werde jetzt mal keinen mit aber kann kaufen weil ich was der dicke und das andere item für magic der menschen das heißt theoretisch brauchen wir das beides nicht da können wir theoretisch steaks bauen weil wir ja kein phantom dancer haben aber der play war gut leider ist daran geflasht ansonsten hätte mir das überlebt und ich hatte leider nicht geschafft den weh von ihm zu deutschen wie gesagt ich denke wenn du willst entbauen und städte brauchst du kein kein amorten ist denn die dann weistet weil er hat kein flash ich habe mich verklickt nein das war so schlecht habe mich so verklickt ich habe auch bin auf die erst drei gefett fingert und bin dann zurückgeflogen und eigentlich wollte ich und die machen und dann zurück springen dass ich meine dann wäre nämlich beide data oben da war mein eigentlicher plan ja können wir schnell mache ich meine ließen noch betten ich habe geändert ich habe leider nur so raus ich habe leider hart geimpft der hohle moni schon da habe ich viele im zähl muss ich sagen das ist ein base turm da wird der base turm sein aber im drake gekommen und ich sage mal so dass es so schlecht gewesen weil ich da nicht reingeht bin ich hätte erst gehen sollen und dann irgendwie dings und wenn es so scheiße sagte ich weiß nicht wenn er nicht stark hätte ich gesagt jetzt wir bauen vielleicht können wir dir noch katschen ja gewendet hat so ein bisschen die bildet die power flora ist schon man muss schon gemacht für sein also wie gesagt bisher bin ich glaube ich mit phantom dance am zufriedensten und dann aufladen bitte gelesen ist top lane dann ist die problematik wenn du zu zählst du kommst ja nicht mehr zurück genau so wie dem dem ist es auch so ergangen gerade das nein dann kommst du nicht mal raus einmal sagen dass johann bild gefällt mir nicht mit städtik und witzend so sehen wo die märkte gut keine guten holt ist diese runde tut mir sehr leid mir sehr leid keine guten holt ist jetzt raunt normal ist der axe mit hallo cv in wunderschönen hand der zeit fühlt sich schon sehr stark an alles und sagen wenn ich ja das schild ich weiß ob die noch dran sind am barren sehr gut kleine jobs und dann würde ich gar nicht endlich wahrscheinlich holen müssen bitte einmal dürfen die sonst weg und dann ist halt die frage trainen wir den drake sind vielleicht sogar das versuchen ich meine wir könnten wenn jungler möchte können wir das versuchen auf jeden fall oder kaufe ich mal was ganz anderes wir kaufen was ganz anderes wir gehen mal auf 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 dings vielleicht over kämpfen wir damit dass der text mit ein bisschen aber gehen auf triforce sein dass der gegner das macht man kann auch sein dass der gegner als barren für drake tradet sehr sehr gut gescheidet sehr gut gescheidet jetzt habe ich ein bisschen angst leider vielleicht will ich doch im defensive item haben vielleicht bin ich eine mimose ich meine vielleicht bin ich eine mimose kommt die sona nach vorne hier ist ein ward irgendwo haua so das war wieder der flash von ihm ich glaube ich bin eine mimose leute ich glaube wir sind eine mimose also flascher daraus der der djinn mal weg machen bedeutet eigentlich im nächsten geld können wir den holen so gut wie der zahlen jetzt schon der leider der wird hier unten auf der stelle oder also wieder gut ich komme wieder naja ist ja die grenze top ländern das heißt wir könnten da ist der job naja ist ja so schön wer lebt noch ecco botlein und links da ist wir kriegen die mitte bei ecco ist ja botlein und dann müssen wir raus tatsächlich dann kann ich aber jetzt mal gar den händen wieder verkaufen zum glück zum glückseben die mimosel gewesen der stanz wohl jetzt zum glückseben die mimosel gewesen leute ansonsten wenn ich geht wo war der man ich kann mir dings holen teleport kaufen sollen glaube ich gegeben hat wieder aufgegeben ja das ionbild gefällt mir überhaupt nicht gesagt also static schiff war ja auch vorgeschlagen von den items her aber das gefällt mir gar nicht die gs